Schon seit meiner Kindheit fasziniert mich das Verhalten von Hunden. Die beseelten Wesen auf vier Pfoten begeistern mich schon immer mit der Vielfältigkeit ihrer Kommunikation. Meine Faszination hierfür reicht so weit, dass ich es mir zur Aufgabe gemacht habe, die Sprache der Hunde zu studieren. Vor mehr als 20 Jahren habe ich mir meinen Traum erfüllt und das Revier für Hunde gegründet. Ich schnappte mir ein altes Bundeswehrzelt und beobachtete die Hunde in ihrer hündischen Kommunikation. Tag ein, Tag aus. Ich war erstaunt darüber, wie deutlich Hunde miteinander kommunizieren, wenn man sie einfach lässt. Sie sind viel direkter und klarer im Umgang untereinander als wir Menschen. Wie weit gehen Hunde, wenn der Mensch nicht eingreift? Genau das konnte ich in meinem Revier für Hunde beobachten. Ich hielt meine Beobachtungen tagtäglich mit meiner Videokamera fest. Mein Ziel war es, so viele Eindrücke der hündischen Kommunikation wie nur möglich zu sammeln, um diese im Nachgang für uns Menschen zu übersetzen und verständlich zu machen. Ich möchte die Sprache der Hunde übersetzen. Für dich, für mich, aber vor allen Dingen für dein Hund. Dein vierbeiniger Weggefährte möchte sich besser verstanden fühlen. Diese Gelegenheit gebe ich dir nun in meinem neuen Online-Kurs. Ich lüfte zum ersten Mal das Geheimnis hinter meinen Videos, die ich über 20 Jahre lang selbst gedreht, gesammelt und vorbereitet habe. Verstehen wir unsere Hunde? Verstehen wir ihre Sprache? Verstehen wir uns selbst? Wie können wir eine Brücke zwischen beiden Spezies aufbauen? Bist du bereit, deinen Hund zu verstehen, seine Kommunikation richtig zu deuten und in Zukunft keine Missverständnisse mehr in eurem Alltag auftauchen zu lassen? Dann lade ich dich herzlich ein, mit mir auf diese Reise der Kommunikation zu gehen. Auf eine wundervolle Reise zu mehr Verständnis zwischen Menschen und Hunden. ler Evangelium spricht mit ungefährner Schöne spricht mit einer Brücke